Ja, hallo! Hier ist der verrückte Rückwärtssprecher. Rechef, stref, gür, idkeref, re, ziri. Ja, hört sich schon kurios an. Das ist ja bei meinem Leben relativ normal. Ganz viele Wörter werden rückwärts gesprochen. Das ist ein des vielen Sätzen, die immer mal wieder anfallen. Und wenn ihr natürlich auch das mal üben wollt, vielleicht das auch interessant findet, was ich hier mache, ja, dann schaut immer mal wieder rein. Da kommt bestimmt mal bald was Neues.